Was für ein Königswetter! Wir haben einen Sieger. Knapp zwei Wochen, nachdem wir den Bergedorf-Song vor dem Bergedorfer Schloss vorgestellt haben, präsentieren wir Ihnen heute den Sieger des Travel Heroes 2020. Neun Kandidaten in drei Vorrunden haben es gegeneinander aufgenommen. Wir waren beim Escape Game im Bergedorfer Schloss, in der Sternenwarte, im Rieghaus, im Haus an der Elbe, wir haben gekocht vor Bergedorfer Promis, wir haben Powershopping im CCB gemacht, die Kandidaten haben sich vom CCB-Wohnturm runtergehangelt, waren im Kletterpark in Aumühle und zum Schluss noch das Bogenschießen im Wald. Nun präsentiere ich euch den Sieger. In dem Auto hier wartet er bereits. Unser Sieger des Finales des Travel Heroes 2020 heißt Dennis Grund und nun hol ich ihn raus für euch. Sehr nett. Tadaa! Mein Name. Mein Name. Von. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für jeden, der gevotet hat. Also das war, ich bin auf jeden Fall um fünf Jahre älter und auch zwei Deus-Dix ärmer geworden. Ich habe hart geschwitzt heute Morgen, das war ein knappes Rennen und deswegen, weil es wirklich, weil Gina auch mega krass geackert hat. Ich habe quasi zwei Wochen zur Verfügung und ich würde gerne ein verlängertes Wochenende an Gina mit abgeben und ihr quasi ein kleines Dankeschön, weil sie hat mich hart schwitzen lassen, dass sie quasi mit ihrem Hund nochmal eine Woche oder eine halbe Woche quasi unterwegs sein kann. Das wäre so mein Dankeschön an, weil die Leute haben mir gegönnt, ich gönne jetzt auch nochmal ein bisschen und deswegen würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und gebt ihr schon selbst. Dennis und ich muss auch nochmal sagen, ich finde es verdammt cool, herzlichen Glückwunsch, Kopf an Kopf, auf und ab, mal vorne, mal wieder nicht vorne. Einfach da, der Gleichstand gestern Abend, zwei, drei Mal. Ja, ich habe ja mehr gesehen als ihr, ich konnte auch die Stimmen sehen und es ging auf und ab, mal der eine vorne, mal 50, mal hier, mal da. Nicht sehr sehr. Mein herzlichsten Glückwunsch. Viel Spaß auf der Reise und du berichtest täglich. Ja, ich weiß. Ich würde sagen, der steht mir super und ich habe gesagt, ich vernackt und das werde ich euch zeigen, aber nicht jetzt, ich muss jetzt nicht mehr erstmal los. Ich hab äh, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.